. 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 Er treibt Sport. Seine Kinder Evi und Fritz waren natürlich sofort begeistert und machen tüchtig mit. Nur Mama Moll hat das zuerst nicht so recht geraten. Dabei war sie ja eigentlich die Schuld, dass diese Sportlerei überhaupt angefangen hat. Es war an einem Sonntag. Papa Moll wollte sein schöne Sonntagsgewand anlegen. Das kam erst gestern aus der chemischen Reinigung und hat wie neu ausgesehen. Aber Papa Moll war nicht zufrieden. Er hat gerufen. Nein, so etwas. Mama, jetzt komm und schau dir das mal an. Ja, was ist Papi? Das Sonntagsgewand können wir fortrühren. Wieso? Ja, siehst du es dann nicht. Da, die Hose, das Wästchen und die Schopen. Alles ist zu eng. Ja und? Das Zeug ist in der Reinigung eingegangen. Nein, du bist auseinandergegangen. Ich? Was soll das heissen? Du bist zu dick. Ich zu dick? Das ist mir jetzt auch der Neust. Ich habe doch eine ganz normale Mannepostur. Warte, jetzt hole ich im Nähkästchen den Centimeter und dann messen wir mal dein Büchchen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Jetzt schau mal da, diese Fettbölschen. Ja, von was kommt das echt? Du issest zu viel. Nein, du kochst zu gut. Danke für das Kompliment. Aber wenn du abnimmst, gibt es nur eins. Entweder du issest weniger, oder? Oder was? Oder du treibst Sport. Sport? Ich? Ja, damit die Kalorien, die du beim Essen eingebiegst, verbraucht werden. Du solltest etwas mehr Bewegung haben. Dir fehlt es an Fitness. Du müsstest zum Beispiel jeden Tag joggen gehen. Fitness? Joggen? Ich in meinem Alter? Aber Papi, jetzt tue nicht so. Morgen gehen wir in die Stadt und kaufen dir ein T-Shirt, einen Trainer und Turnschuhe. Ein T-Shirt, einen Trainer und Turnschuhe? Ich? Ist ja zum Lachen. Für ein bisschen im Wald rumrennen brauche ich doch das alles nicht. Ich ziehe ihnen einfach die Krawatten und die Schuppen ab. Das tut's. Papa Moll hat also die Krawatten und die Schuppen abgezogen und die Hände einmal aufgewägelten. Und schon war er startbereit. In diesem Moment kamen Evi und Fritz aus der Stube und fragten,